So, da. Äh, über uns? Warte, so. Nochmal, da haben wir nur einen, da haben wir nur einen. Ah, da haben wir nur einen. So, einmal kurz. Ah. Da gibt es nur einen. Gut, da kommen wir dann noch hoch. Oder? Wir müssen mehr Informationen aus dem Gefangenen quetschen. Wenn Konstantin es selbst tun muss, wird er nicht der Freund sein. Wir erhöhen den Druck aber, er besitzt eindeutig schon Erfahrung mit Verhörtechniken. Wir glauben, er ist der Anführer der Verbliebenen. Er muss von der göttlichen Quelle wissen. Findet seinen Schwachpunkt. Seid kreativ. Dieser Gefangene. Vielleicht finde ich ihn ja. Boah, komm schon hoch mit dir. Ah. Nein. Boah, ich hoffe mal, dass das nicht auf Zeit geht. Das wäre nämlich für mich jetzt, äh, etwas... So, hoch mit mir. Da gibt es nochmal Federn. Hier gibt es nochmal Federn. Hier kommen wir dran. Zack. Okay. Gut, hoch mit dir. Mit dir die Federn. Und... ... Gut, dann haben wir den jetzt auch. Okay. Gut, wie kommen wir denn da dran? Ah, da. Ja. So, der letzte ist der vorne. Gut, den kriegen wir auch noch hin. Du, nach oben mit uns. Oh, cool. Lagerfeuer. So, ich habe schon alle Funktürme geschafft. Ja. Ich hoffe, du hast mein letztes Band erhalten. Ich hoffe, du hast mein letztes Band erhalten. Mir macht es immer mehr Spaß, diese Nachrichten für dich aufzunehmen. Anna sagt, dass ich ab und zu Bücher und Papiere beiseite legen soll, um mich daran zu erinnern, warum ich das alles tue. Und für wen. Ich weiß, du hast es, wenn ich weg bin. Aber es wird sich auszahlen. Alles wird sich auszahlen. Ganz liebe Grüße von mir. Sei fleißig in der Schule. Ich weiß, du dachtest, du tust es für mich. Aber es hat sich damals nicht so angefühlt. Aber so lernte ich Unabhängigkeit. Für mich selbst zu sorgen. Eine wichtige Lektion, wie man sieht. Verdammt. Gut. Das habe ich ausgerüstet. Inventar. Ausrüstung. Habe ich natürlich jetzt wieder alles... Natürlich. Zwei Fähigkeitspunkte. Überlebensfähigkeiten. Äh, ist mir egal, ist mir egal. Trinity will an die Quelle. Ich muss rausfinden, was sie wissen. Hier wird die Ziel... Das ist geil. Ist mir egal. Ich muss mal... Mh... Nee... Okay. Okay. Gut. Dann kehren wir jetzt zu diesem Major zurück. Oh. Ah, du frierst immer noch. Was ist denn mit dir los, Clara? Ja. Ich merke, wenn ich mich... Wenn ich schnell laufe, dann merke ich, das ist... Ich würde sagen, es gibt Nachladerung, oder so was. Ach so, die Wölfe haben die ganze Zeit das gemacht. So, gut. Gut. Wurde sich jetzt früh. Die Repeater sind offline. Alles erledigt. Wir haben nicht viel. Aber wenn sie mit uns kämpfen, können sie das hier benutzen. Die Trisch. Wunderschön. Machen wir das direkt doch mal hier auf. Ha. Jetzt habe ich mal eine geile neue Pistole. Ich habe mich aber noch nicht ausgewählt. Natürlich habe ich noch nicht ausgewählt. Wurde ich natürlich wieder zurück zum Lager. Um da die Pistole auszurüsten. Durchfliege. Ein Stück abstrünkt nur. Dass man sich aufmachen konnte. Nein. Stimmt. Das gab es da vorne. Äh, wie kam ich da nochmal dran? Ah ja. So. Einfach hier rein. Und das war... Boah, wo war das hier? Was ist hier drin? Ne. Das war das Kampfmesser? Da. Das auch nicht. Verdammt. Wo war denn die... Da hinten müssen wir hin. Gut. Hier fehlen Sprengladen. Ja. Natürlich fehlen sie. Die Kiste habe ich schon gebündert. Die große Wälderstation. Hier war noch... Ne. Die Tiere wollen... will ich jetzt nicht. Nein. Einen interessanten Ort habe ich hier entdeckt. Das bekomme ich noch nicht runter. Woher weißt du, dass du es später runter bekommen wirst? Was ist das? Lübtige Pilze sind auf jeden Fall wichtig. So. Ey. 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 Wieso hat sie sich da nicht festgehalten? Naja. Wir gehen jetzt auf jeden Fall weiter. Ich wollte erstmal rüsten wir natürlich 3-halb automatische Pistole. Zack. Äh. Schadenstabilität. Monitionsgebäude. Natürlich. So. Jetzt Inventar. Ah. Ausrüstung. Können wir immer nichts machen. Vielleicht gibt es einen Weg zum alten Gefängnis. Boah. Das gibt es doch nicht. Waffen. Mh. 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 Provisorisch. Mh. Das brauchen wir auch nicht. Mh. Mh. Ah, dahin. Gut. Gut, da müssen wir hin. Ja. Lauf doch gefälligst da oben entlang. Hier haben wir noch ein paar Bären. Ja. So. Ist natürlich verschlossen, aber hier haben wir noch Bergungsgut. Oh, wie viel man hier einfach... Ohl. Dem man einfach nur durch die Gegend läuft und die Kisten aufbaut. Können wir hier oben noch irgendwo hin? Feuerhals. Jetzt nicht. Wow, wir sind jetzt hier gelaufen, um Feuerhals zu holen. Okay. Vielen Dank.